so einen wunderschönen tag wünsche ich euch ja heute bei einer witzigen aktion von Ikea wir versuchen einen schönen blumenkranz zu kreieren das ist jetzt mein derzeitiger stand wir probieren das auf jeden fall noch ganz ganz schön und bunt zu machen und das coole ist kreativität ist doch in uns allen und jeder blumenkranz ist individuell und wir können ein individuelles kunstwerk gestalten und das tolle ist wir müssen einfach drauf los machen und da sind wir wieder beim einfach machen einfach aus der komfortzone raus und es einfach probieren was war bei deinem schritt aus deiner komfortzone raus wo du gesagt hast hey ich probiere es einfach mal aus schreib es mal in die kommentare und dann komm bitte dich und mach es einfach und jetzt bin ich mal gespannt ich zeige euch gleich das endergebnis so ihr lieben jetzt sitze ich hier gemütlich an der wiese im wein mit meinem blumenkranz ja er ist denke ich mal ganz schön geworden was sagt ihr dazu schreibt es mal in die kommentare und eine frage an euch habt ihr schon mal sowas gemacht ich habe das jetzt zum allerersten mal gemacht und wie cool ist es denn ja wir zeigen das einmal wenn man mal was wieder zum ersten mal gemacht hast wann hast du das letzte mal etwas zum ersten mal gemacht denk mal wirklich darüber nach und schreibt in die kommentare kommitte dich und mach mal wieder was zum ersten mal geh aus deiner komfortzone raus und probier es einfach das leben ist so schön um einfach nur abzuwarten deswegen wünsche dir jetzt einen wunderschönen tag genießt das tolle wetter genießt jeden augenblick mit deiner persönlichkeit und wenn dir das video gefallen hat lass gerne einen daumen nach oben da ein kommentar und ein abonnement dann verpasst du nichts mehr und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen tag tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.